Hallo zusammen, mein Name ist Franco Marvoli und am Spazommer 2018 moderiere ich die Sendung Sportdate im Studio von WIN4. Als ehemaliger Spitzensportler ist mir das eine besondere Freude, Ihnen diese Sendung zu präsentieren, wo spannende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft und Sport aufeinander treffen. Nebst meinen hochkarätigen Gästen ist die Sendung auch eine einzigartige Plattform für alle Sportvereine. In jeder Sendung stellen wir nämlich eines von diesen Sportprojekten vorstellen, die wir mittels Crowdfunding finanzieren. Eine super Chance für alle Sportvereine im Radio und im Fernsehen, Ihres Projekts der breiten Öffentlichkeit näherzubringen. Ciao zusammen, ich bin Charlie und das hier hinten sind Black Cheetahs. Dank Ihrer neuen Ausrüstung können Sie endlich so richtig Football spielen. Das verdanken mir lokalhelden.ch und dutzenden Fans und Unterstützer. Habt ihr Lust in die Sendung dabei zu sein? Dann reichen jetzt eure Projekte ein. Achtung! Drei Kriterien können Sie für das erfüllen. Punkt 1. Ich muss ein besonderes Projekt haben, das Sie gerne umsetzen wollen, sprich finanziert haben wollen. Neues Equipment, ein neues Gerät, eine neue Ausrüstung oder einfach eine gute Geschichte. Punkt 2. Ich muss ein innovativer und aktiver Verein sein, der auch gewillt ist, Zeit für dieses Projekt zu investieren. Ihr seid mitverantwortlich, dass so viele Menschen wie möglich von euren Projekten erfahren. Von nichts kommt nichts. Punkt 3. Ich muss bereit sein, ein cooles Projektvideo zu drehen. Je origineller, desto grösser ist eure Chance, zu uns in die Sendung zu kommen. Denn dort wird euer Video gezeigt. Wenn ihr alle Punkte erfüllt und einen guten Job gemacht habt, dann steht die Chance sehr gut, dass euer Projekt zum Fliegen kommt. Und wenn es dann einmal fliegt, dann schenkt die Sportdate euer 1'000 Euro. Also, seht kreativ und reichen eure Projekte ein. Und mit ein bisschen Glück sehen wir uns schon bald in der Sendung Sportdate. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch.